Ja, weil, das riecht gut aus... Man hört noch dieses... Und hinter... Ganz knapp noch im Winkel, konntest ich den noch so sehen, so... Hm... Er hat noch rechtzeitig Slash-Schaum gemacht. Okay. Achso, die wird so gemacht, ne? Wieso? Er ist extra nicht gekommen, also... Sonst okay, eigentlich. Hat Gier-Blöcke dafür bekommen. Über einen halben... Also, über anderthalb Stacks waren das mindestens. Mhm. Was war das denn? Gar nichts. Ey, neuer Sterberater, oder was? Ja. Wir legen uns was aus. Der ist mit dem verbunden, der ist mit dem verbunden, und die beiden sind verbunden, das heißt... Könnten relativ schnell Strom dran kriegen. Da bin ich noch der Kerl. Alter Schwede. Zum Kotzen wie schnell. 26122... 122... Ne... 26.130... Starwage. So viel schon eingelagert. Von Kabelston, ne? Achso. Boah, mit der Spitzhacke baue ich nix unten ab. Alter, die ist einfach so geil. Alter, die ist einfach so geil. Ich hab da grad unten Stein abgebaut, ne? Am Arsch Stein abgebaut, alter. Der ganze Stein war weg. Ich hab nur noch 384.000 Kabelstonen da rein zu pumpen. Die Topf, würd ich sagen. Ja. Topf. Warte mal. Den bin ich da hinten mit dran. Zack. Ja, mach erstens Blickplack hier, knickknack. Ich so nicht. Er ist schon groß und vier. Komm und spiel mit mir. Ich lass dich ein, ich bin Kajo. Pupsi ins Gesicht. Mein Name ist Pupsi ins Gesicht. Ich hab ne Glatze und bin schon vier. Ich hab ne Glatze und bin schon vier. Ich trinke gern leidenschaftlich Bier. Mein Vater ist ne Alkoholiker, meine Mama ist eine Slut. Was denn? Ist mal so bestimmt. Ich möchte nicht wissen, was für Leute hier zugucken und immer noch Kajo mögen. Die sind fast gerade das ja Lebensende. Ja und? Ja und? Ich will nicht wissen, warum Kajo keine Haare hat, alter. Ich weiß nicht, wer die weggefressen hat. Ich glaub, Kajo guckt zu viel Spongebob wegen Mr. Krabs. Ah, Mr. Krebs. Boah, ist das ein scheiß Wortspiel. Mr. Krebs. Kann ja auch nur von dir kommen. Klar! Yolo Kapolo! Yolo Kapolo! Yolo Kapolo! Strom, Strom, Strom! So. Jetzt sollen wir hoffen, dass der Netherwag so viel verspricht, wie er er halten kann. Ah ne, ich musste erst programmieren hier. In den hier kommt rot. So, hier machen wir vorne. Das. In blau kommen das. Das. Alter. 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 Alter ist nicht mein Name. Alter. Was denn? Das ist ja mal so... ...wach. Hat anderthalb Herzen Schaden. So ein Papier. Ja. Ja, aber es geht durch Rüstung, ne? Ja, schon, aber... Warte. Wir machen mal... Was? In... Gelb? In... Blau? ...den, din, 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 dün. Und in später in schwarz. Ich lass mal erstmal. Das juckt ja kein... Und in... Grün blockieren wir, dann geht ja nichts zurück. Dann machen wir das zu. Hier machen wir... Hier brauchen wir weiß zu machen. das ist jetzt nervig hier muss auch was zugemacht werden und rot sache die hier schon mal hinten ist habe ich den dritten gar nicht angeschlossen mich jetzt dumm im kopf oder so da ist er ehrlich antwort ja dankeschön grün darf nichts rein in blau kommen die samen spritz und in gelb kommen die seeds in blau kommen die ender seeds und in gelb kommen die ender sensen wir können das noch mal aufwerten warum hier block und ein europäopfer ernsthaft ja dann geht das denn ging schon öfters also ging schon lange so machen wir das nicht weiß ich nicht okay mach das mal bitte ich muss weiß blockieren verdammt darf gar nichts rein der gold opel ist gar nicht mal so schlimm das ist ein gold apfel mit barren mit blöcken oder mit blöcken aber das ist nicht zu schlimm wir haben das schon davon zwei oder drei das schlimme sind die die ja wobei wir haben wir haben das können wir eigentlich machen nein wir haben nicht mehr so viel damit so noch viel sex oder so man halber deswegen es ist so eine sache gerade aber mal doch in die kiste mit den ender rein mit den essenzen da müsste was dann sein da müsste genug drin sein weiß zu ihr dann war es ja auch mal geschafft hier endlich man kann in gelb das noch ein die kommen nachher in schwarz Einmal noch Eisen, 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 Eisenpipes. Eisenpipes da, danke. Alter, diese Spitzhöcke, na? Ich lasse, ich fülle die nicht mehr, die macht mir Angst. Ja, du kannst dann mit nichts abbauen, wenn du hier so einen ruhig baust. Nein, muss ja alles kaputt gehen hier. So. Machen wir einen schwarz. Ach, scheiße. Weiß blockieren. Hier kommen die Endersitzen rein, fertig. So, gleich machen wir hier. So, fertig. Weiß ist blockiert, schwarz kommen die Endersits. Da kommt das rein. Komm mal irgendwo was her. Ne, du hast den streng und den streng. Okay. So. So, so, so. Green muss blockiert werden. Was ist? Ich schwel den Kopf. Was? Gut. Oh.